Jetzt geht's los. Die besten U-12-Spieler aus ganz Europa treten gegeneinander an. Die besten 10- und 11-Jährigen aus 20 verschiedenen Ländern nehmen an diesem Turnier hier in Izmir teil. Auch diverse Ex-Profis sind vor Ort und schauen sich das Turnier an. Wie diese Kinder hier Fußball spielen, einfach nur unglaublich. Macht das Plus weg, um es nicht zu verpassen.